Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Jakuza Aurora. Nach seinem letzten Release Suchen und Zerstören 3 und der danach abgesagten Tour wurde es ziemlich ruhig um Jakuza. Nun meldet sich der Österreicher mit Aurora wieder zurück. Die EP kommt mit 8 Tracks und beinhaltet keine Features. Aurora kommt über i-Groove Music und erscheint nur digital. Omica Action Jackson. Das Album wurde ursprünglich bereits am 26. April veröffentlicht, damals allerdings rein als digitales Release. Nun folgt ungewöhnlicherweise mehr als einen Monat später die physische Variante. Action Jackson beinhaltet 15 Tracks und keinerlei Features. Das Album kommt über BMG Rides Management und erscheint als CD. Zero Zero. In Schönheit sterben. Chaser One und Chico sind zurück. Alben haben die beiden Jungs aus Minden schon diverse released. Jetzt ist es an der Zeit für die erste EP der beiden. In Schönheit sterben beinhaltet 5 Tracks und keinerlei Features. Die EP kommt über Who's Your Daddy und erscheint als Bundle. 18 Karat. Schön Appel Kriminell. Der Albumtitel ist französisch und heißt so viel wie Mein Name ist Kriminell oder auch Ich nenne mich Kriminell. Ein Titel, der wohl wenigen Rappern besser passen würde als 18 Karat. Schön Appel Kriminell kommt mit 18 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von AK Außer Kontrolle, Jizzes, Capital Bra und Kollegah. Das Release kommt über Banger Musik und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.